Mein Name ist Anita Farke und ich freue mich, den Exoda-Blog Politik und Gesellschaft Podcast sprechen zu dürfen. Nachrichtenbericht Helfer beenden Suche nach Vermissten in Konzerthalle bei Moskau. Helfer beenden Suche nach Vermissten in Konzerthalle bei Moskau. Am heutigen Morgen verkündeten Rettungskräfte das offizielle Ende der Suchaktion in einer Konzerthalle in der Nähe von Moskau, in der ein vermisstes Individuum gesucht wurde. Der Großeinsatz begann am Freitagabend, nachdem eine Person nach einem lokalen Konzert vermisst gemeldet wurde und zog sich über das gesamte Wochenende hin. Suchaktion und Rettungsmaßnahmen. Die Rettungskräfte, bestehend aus Feuerwehr, Polizei und mehreren freiwilligen Helfern, peinigten sich durch das Gebäude und das umliegende Gelände. Der Einsatz wurde durch schlechtes Wetter und schwierige Umstände innerhalb der Halle erschwert. Trotz der intensiven Anstrengungen gelang es den Einsatzkräften nicht, den Verbleib der vermissten Person festzustellen. Reaktionen und Folgemaßnahmen. Die Nachricht von der eingestellten Suche löste Bestürzung und Trauer bei den Angehörigen und der Gemeinde aus. Die lokalen Behörden betonen jedoch, dass die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind und die Polizei weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen wird, um das Verschwinden aufzuklären. Sicherheit in öffentlichen Veranstaltungsorten. Das Verschwinden dieser Person wirft auch ernsthafte Fragen hinsichtlich der Sicherheit bei Großveranstaltungen auf. Angesichts dieses tragischen Ereignisses haben lokale Behörden zugesichert, dass sie die Sicherheitsvorkehrungen an öffentlichen Veranstaltungsorten überprüfen und möglicherweise verstärken werden, um solche Vorfälle in der Zukunft zu vermeiden. Wir werden weiter über die Fortschritte in diesem Fall berichten, sobald weitere Informationen verfügbar sind. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen in dieser schwierigen Zeit. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.